Cora Schumacher musste zuletzt ordentlich einstecken. Jetzt wehrt sie sich gegen ernste Anschuldigungen ihres Sohnes. Am vergangenen Freitag veröffentlichte David Schumacher, Sohn von Ralf und Cora Schumacher, ein Statement auf seinem Instagram-Account. Darin beschuldigte er seine Mutter mentaler Probleme, Manipulation und sogar Drohungen. Cora solle ihn endlich in Ruhe lassen und ihn sein Leben unbestört leben lassen. Harte Worte Jetzt äußert sie sich zu den fiesen Anschuldigungen. Was ist wahr an der ganzen Sache? Es schmerzt zutiefst, dass das wahre Ausmaß der Entfremdung, Manipulation und Instrumentalisierung erst jetzt deutlich wird. Sie nennt niemanden beim Namen, und doch ist klar, an wen sich diese Botschaft richtet, an ihren Sohn David, und gleichzeitig auch an Ralf Schumacher, ihren Ex-Mann. Der hatte sich vor wenigen Wochen in der Öffentlichkeit geoutet und seinen neuen Partner, Etienne Busquet-Cassaniel, der Welt vorgestellt. Die Homosexualität ihres Ex-Mannes sorgt seitdem für zusätzliches Öl im Feuer. Es ist ein Kampf, den Cora nun an zwei Fronten kämpft. Die aktuellen öffentlichen Anschuldigungen und die Hetzkampagne, die gegen mich geführt wird, um weiterhin zu schweigen, schmerzen mich sehr und bringen mich an die Grenzen meiner Kräfte, schreibt sie. In seinem Statement erwähnte David Schumacher unter anderem, Cora habe schon immer schlecht über seinen Vater geredet. Sie soll ihm sogar angedroht haben, seine Karriere als Rennfahrer zu zerstören, wenn er nicht mit ihr zusammenwohnen würde und stattdessen zu Ralf gezogen wäre. Der hingegen hätte sich immer für den Frieden zwischen Mutter und Sohn eingesetzt. Das sieht Cora anders. Diese Vorwürfe sind in keinster Weise gerechtfertigt und entsprechen nicht der Wahrheit. Sie fügt hinzu, besonders schmerzhaft ist es, dass mir über Jahre hinweg die Möglichkeit genommen wurde, meine Wahrheit aufzuzeigen. Damit reagiert sie direkt auf die harten Worte ihres Sohnes. Der schrieb zuvor, dass Cora schon seit Jahren versuche, ihn zu manipulieren, als hätte er geahnt, dass sie nun mit einer solchen Aussage an die Öffentlichkeit geht. Rosenkrieg mit dem Ex, heftiger Streit mit dem eigenen Kind, und nun ist auch das Haus futsch. Vor etwa einer Woche, am 30. September teilte Cora Schumacher in den sozialen Medien, dass sie ihr Familienanwesen, in dem sie mit Ralf und David viele Jahre gelebt hatte, auf einer Plattform für Immobilien in Serate entdeckte. Ein Schock für sie, denn angeblich wusste sie von all dem nichts. So soll Ralf hinter ihrem Rücken das Haus für knapp 5 Millionen Euro zum Verkauf gestellt haben. Zuletzt wohnte David darin, eine aktuelle Adresse ihres Sohnes hat sie nicht, eine Kontaktaufnahme ihr entsprechend nicht möglich. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wogen schnell glätten werden. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wogen schnell glätten werden. Das war's für die Wogen. Vielen Dank.